Autos, wohin das Auge reichte. Am Sonntag durften ausnahmsweise in der sonst für den Durchgangsverkehr gesperrten Westersteder Fußgängerzone die neuesten Modelle vorfahren. Das Angebot des Autofrühlings, einer Veranstaltung des Wirtschaftsforums, kam einmal mehr ausgesprochen gut an. Tausende ließen sich von den Vertragshändlern über Preis und Ausstattung der verschiedenen Pkw-Marken informieren oder nutzten die Gelegenheit zu einem Bummel durch die geöffneten Geschäfte. Wer wollte, konnte hinter dem Steuer schon einmal testweise Platz nehmen oder für einen späteren Zeitpunkt eine Probefahrt vereinbaren. Auf großes Interesse der Besucher stieß ein ausgestelltes Elektrofahrzeug. Beim Blick in den Motorraum stellten die Technikfans schnell die Unterschiede zum Benziner- oder Diesel fest.